Hier sind wir im Dorinthotel in Prag. Ich zeige euch mal kurz die Zimmer erst. Mit Flatscreen, Telefon, schönen Sessel. Wir gucken mal raus, haben selber noch nicht raus geschaut. Na, ein schöner Ausblick über Prag am Haupteingang, sehr schön. Hier ist die Minibar, Self und das Bad. Mit Badewanne, da freut sich aber jemand. Hallo Matthias, wie gefällt dir das Hotel? Mir gefällt das Hotel ganz gut. Es ist ja einigermaßen zentral und ja, es gibt eine Badewanne und es sind ja sehr große Zimmer und sehr geräumig. Und ihr werdet morgen dann mehr vom Hotel sehen. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die ganzen Videos. Einfach unten auf gefällt mir drücken und dann seht ihr auch die weiteren Videos von uns. Die Fellas und Reiseprofela wünscht viel Spaß mit Prag. Es gibt bestimmt schon 50 Videos werden wir noch machen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.